Es wird spannend. Hat die vegane Wurst gegen die Thüringer Soldaten eine Chance? Oder bemerken die bratwurstverwöhnten Gaumen das Täuschungsmanöver? Sie machen gerade so ein Gesicht. Habe ich gesehen, die Stirn bei ganzen Runzeln. Nee, alles gut. Ja? Ja. Könnte noch ein bisschen schärfer sein, die Nummer eins. Also mir schmeckt eigentlich so die Eins und die Drei, fand ich am interessantesten. Die Zwei waren mir ein bisschen zu süß, muss ich sagen. Oh, Sie haben schon weggeputzt. Frau Schmitz, Sie haben Hunger. Ja, die Dritte, muss ich sagen, hat mir persönlich am besten geschmeckt. Okay. Damit hätte ich nun überhaupt nicht gerechnet. Kein einziger dieser Soldaten, Soldatinnen, merkt, dass sie überhaupt keine Wurst essen, sondern rein vegan. Das heißt, der Sinn des Experimentes ist in meinen Augen bis jetzt voll aufgegangen. Ich werde gleich das Ganze auflösen. Ich freue mich so. So, Thüringen ist das Bratwurstland. Wie hat Ihnen die Wurst geschmeckt heute? Gut. Gut, wunderbar. Wenn ich Ihnen jetzt sage, dass Sie überhaupt keine Wurst gegessen haben. Was sagen Sie dann? Ich hab's gewusst. Sie haben's gewusst. Jetzt haben Sie's gewusst. Keiner hat es irgendwie mir gesagt oder irgendwas vermerkt. Sie haben rein vegane Wurst gegessen. Das heißt also eine Wurst ohne Fleisch. Ich blicke in 100 fassungslose Gesichter. Aber die Soldaten und Soldatinnen sind gute Verlierer. Mir ist nicht aufgefallen, dass kein Fleisch drin war. Gebe ich offen zu. Ich hab aber nur gemerkt, es ist keine Thüringer Bratwurst. Also ich hab an sich nichts gemerkt, als ich die Wurst probiert habe. Also ich muss sagen, ich hab auch schon in anderen Bundesländern schlechtere Würste gegessen, als die, die es heute gab. Ich glaube, dass wir beim Fleischkonsum wahnsinnig abhängig sind von dem, was wir bisher erlebt haben. Das heißt, unsere Psyche, unsere Wahrnehmung kann uns da einen riesen Streich spielen. Und wenn wir es schaffen, zu sagen, Fleisch muss nicht immer das Hauptprodukt sein, sondern es kommt zum Beispiel auf eine tolle Soße an, dann haben wir schon ganz viel erreicht.